Willkommen zurück zu pokémon silber in der letzten folge haben wir Lugia gefangen falls die folge nicht gesehen hat soll ich auf jeden fall noch mal vorbeischauen denn die folge war sehr sehr kurz so und ich habe schon alles fertig gemacht denn wir möchten jetzt unserem Lugia fliegen beibringen dann muss jetzt nicht immer wieder rüber wechseln zu einem Taubsee was uns rüber fliegt ist bestimmt auch sehr schmerzhaft für das Taubsee Lass uns einfach Lugia uns rüber fliegen so wie Flugia hier küsst das Bild ein Blendenmark gut okay gut gemacht so und Lugia hat die attacken Luftstoß Bodyguard Windstoß und Genesung sie ist Flug Psycho fragt mich warum das nicht Flugwasser ist ich verstehe es bis heute nicht und ich werde es auch niemals verstehen aber wir müssen es akzeptieren er hätte ich nicht akzeptiert er weiß wahrscheinlich in meinem Team so egal jetzt kann uns Flugia rüber fliegen oh vielleicht darf ich jetzt einfach Flugia nennen müssen so auf jeden Fall müssen mit Lugia nach Neuburgia flugieren und dann sind wir hier und nun wurde uns ja gesagt wir müssen bei Neuburgia nach Osten und hier sind ja auch schon mal Wasser und können wir tatsächlich Surf einsetzen bedeutet dass wir von hier aus eine neue Region kommen wir sind dann weg von Joto komplett ihr habt ihr habt ja auf der Karte gesehen hier geht's nicht weiter in Joto aber wir können hier rüber schwimmen also wo kommen wir denn hin was ist wohl neben Joto ich weiß auch nicht kann für die leutenden die ist nicht wissen aber die 99% der leute die zu schauen wissen wahrscheinlich schon egal ich werde trotzdem das spoilern so ich gehe kurz das Detoxa weil Detoxa ist sehr schöne erfahrung für Amphi deshalb nehme ich die mir mal mit ja ich kann man ein bisschen noch im reichen ist aber ist auch egal so und jetzt weißt du was du gerade getan hast was denn du hast dann den ersten schritt in konto gemacht sie auf die karte der pokémon kanto moment mal eine komplett neue region ist uns nun offen aber habe ich dich pokémon blau schön jetzt geht es noch mal und wir können leider nicht weiter gucken als hier liegt einfach daran dass kanto nicht zur story zugehört das ist after story die ganze kantor region das regiert man daran dass man hier nicht rüber scrollen kann nach rechts man kann dann nur noch ganz oben wir sollen nämlich hier zum individuellen kanto denn jetzt wo wir alle ohren haben können wir die liga bestreiten und die ist da oben die tojo fälle die verbindung zwischen kanto und joto so hier können wir nicht weiter kommen wir nicht hoch das bedeutet wir müssen von hier aus rein nein sagt mir nicht über eine kaskade doch das sieht gerade sehr stark danach aus ich habe ein kaskade ok und stein ob ein bisschen spät als bei den pipi im team hat oder was für immer sich auch noch mit wundern entwickelt aber ich habe nicht zufällig gerade ich habe nicht zufällig gerade und das gerade nein ok will ich das herbeibringen oder hole ich mehr als ein pokémon das meine bank hat gute frage luca kann kaskade hat luca eine wasserattacke wenn nein dann mache ich das nein hat es nicht ok moment warte bevor ich das mache was ist davon stärker luftschuss oder windstoß hat sich beides gleich stark an deshalb weiß ich nicht was besser ist sehr gut wünschst du es jetzt schon besser als luftstoß war egal status kennt man das von hier aus an den tacken da habe ich vielleicht gedrückt ja hier übrigens wie mal luca was für sachen mein luca hat irgendwie kann man ja auf der tacken geht aber okay luftstoß volltrefferquote hoch und das hier weil ich über angriff an 100 oha erzeugt jack gewinnt für diese müssen schon geil aber ich habe fliegen wenn ich fliegen habe dann brauche ich ja windstoß nicht warum aber luftstoß besser ist aber ein bisschen was dann verlernt gewinnt stoß für kaskade das mache ich jetzt langweilig das habe ich nicht erwartet das war gerade komisch für mich dann wird mir der ganze schwarze genommen hier brauchen wir keine karte führen wir müssen runter und jetzt sind wir hier und sie bekämpfen hier kann nur seltene menschen vorbei also selten menschen vorbei ich bin selten trainierst du vollkommen allein wieso möchtest du mit training also wenn du mir deine nummer gibst können wir gerne drüber reden marianne also ja du bist mir so viel war schon mal sehr sympathisch wir können gerne nummern austauschen ich muss irgendwie löschen das mir egal wie mit den rechts sowieso nicht mehr können wir gerne machen ich werde nur ganz kurz wenn sich die stört dein team auseinander nehmen du bist tot nice oh wieser knorst wo jetzt die ganze wieser reihe du bist mir super sympathisch wieser knorst wo jetzt so ein pflanzen stück hat es noch im auge also stecken deshalb schreit zum pain wenn es ist cool aus so wie bieser sache und bieser floor yeah ok wieser sieht ein bisschen seltsam aus wahrscheinlich daran dass es halt rumschreit aber irgendwie sind die body proportions ein bisschen seltsam aus dabei egal sowieso was ist das nicht one hit oh no der body slam der trifft ok und ja das flieger bild am anfang habe ich jetzt mal wollte ich nur kurz sagen es dauert und level 38 super du bist wirklich stark ja warum achst du deinen bieser knorst und bieser haben dich entwickelt ich teste pokémon in deren geschiedenen entwicklungsstufen entwickelte pokémon sind stärker sie lernen die attacken aber erst mit höherem level du möchtest du nicht deine nummer du möchtest du mit den pokémon zur pokémon liege sind deine pokémon loyal genug um zu gewinnen ich werde das überprüfen ah deine pokémon vertrauen dir blind es ist schön einen guten trainer zu treffen hier eingeschränkt für deine reise danke tm 37 immer die nummer merken sonst vergesse ich immer welche themen bekommen haben tm 37 ist ein sturm ach sie sagt sogar dieser attacke fängt bei eigenkämpfern schaden zu nur erfahrende trainer sollten sie einsetzen setzte sie ein wenn du dich traust viel glück apropos die nervensegen die ich eigentlich geendet habe mal kaudi ich bin's nepomuk ist es nicht heute mein kaputti sieht toll aus ich wünschte ich könnte es dir zeigen bye bye aha dafür musst du jetzt ne minute in meinem netzplay verschwenden ok badaba badaba ich mach die keine musik ich mag allgemein alles hier in kanto in yoto kanto toyo du siehst sehr stark aus ich will gegen dich kämpfen ok badaba und luga ist tatsächlich unser höchst geleveltes pokémon aber das ist eigentlich normal wenn man alle teammitglieder voll hat dass luga dann ein bisschen höher ist das ist normal magneton guter sprite obwohl die nicht ineinander geschmolzen sind was ein bisschen so weirdes aber ok und ich find's grad ein bisschen kacke dass ich jetzt ne flamesack benutzen muss weil der ist schon overleveled äh ja ja aua kretschrein mag ich nicht ist effektiv haa flaggedratt der untere sieht so aus als wäre da grad aufgewacht warte 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 ich bin auch da quack ich mag jetzt breit da wirst du was luftstoß macht überstreiz wahrscheinlich seine signature attack oder es hat ja nur fünf von fünf höchstwahrscheinlich seine signature attacke zumindest in gen 2 kaskade macht das viel also das wasser egal ist trotzdem normal das ist doch zu kochowai psycho es ist auch pflanze und sicher ich weiß kochowai ist aber ich will jetzt nicht gleich noch mal rein du weißt du kannst bleiben da sind wir schon hin ach stimmt in den gameboy teilen war ja owei hat der owei ein riesengroßes ei in der mitte über warum auch immer wir fliegen mal das ding mal fliegen ist das verbraucht hat zwei runden wenn es aber so ein sturz und zack ob effektiv dann muss das ding wahrscheinlich schon pflanz und wesen sein ok wenn du das hier erfolgreich überstehe ist wirst du die wahrheit erkennen entschuldigung ich wollte nur etwas geistreiches sagen all right du bist gut nicht wahr ja sicher andere mit seinem sandarmeer erinnert mich bösen an diesen typen aus dem anime mit dem sandern was er so hart trainiert hat könnten pflanzen pokémon gut gebrauchen das ding ist halt gerade dass ich nicht hundertprozentig weiß was für team mit dem wir haben weil ich nebenbei zwei andere pokémon spiele noch spielen und da kommt ein anderes team habe aber wenn man da wieder zu pumpen und silber zurückkommt mit nur denn zwei pokémon und halt nein nicht nur sind zwei pokémon eine mischung aus beiden ist das halt ein bisschen verwirrend nicht dass es jetzt blödes oder so ist ein bisschen wenn ihr bis zum tauch wenn die mehrere pokémon spieler auf einmal spielt und halt immer wieder wechselt dass sie dann mannschaft vergisst welche pokémon ihr hattet aber ich kann doch einfach nach rechts gucken diese ikon nach rechts gucken für mich ist das vom linken bildschub ich dachte und dann sehen wir in welchen typen bisschen bisschen nicht nachgedacht mike ein guter trainer erkennt andere gute trainer ok dann jetzt hier unten noch ein sag nichts lass mich raten wo du denkst ich weiß du denkst darüber nach zur pokémon liga zu gehen wow ich glaube da wäre darauf wäre jetzt niemand gekommen du krass krasser psycho das sind so stark heftig ich mag die starmi sprites aus den alten spiel nicht sie sind so gelangweilt und dumm aus die neueren finde ich viel cooler also nicht unbedingt nur die 3d sprites sondern auch die neueren 2d sprites aber hier liegt es einfach nur rum viel langweilig das sollte schon stehen jetzt will gerne ganz ganz viele wassertuchmann schicken denn Amphi möchte gerne ganz viel level abzupressen nom 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 sehr sehr lecker so hat sich das kopfnuss versteht ja wegen das ist ein was hat jetzt pokémon ist bei girafarik rückwärts was kommt wohl wenn man die paradis sowohl die konversion kommt dann ja das dinge ist ich glaube normal ganz sicher oder so ich glaube es ist nur normal hat aber ganz viele psycho attacken und so was ich glaube so rum war es einfach nur ganz viele pfiffen hatte aber normal ganz ehrlich ich mag zwar gira funk design ein bisschen aber das peter design war viel cooler da hat doch dein name viel sinn gemacht ja gira funk ist einfach verschwendetes potenzial leider viele pokémon das ist meine meinung das ist zu viel deine fähigkeiten versprechen gute ergebnisse in der pokémon liga ich spüre das wenn jetzt hier noch ein ich glaube ich noch ein lager bevor ich jetzt in den kampf reingehen möchte ich erstmal noch ein bisschen heilen ich habe viele tränke was heute reichen ich habe damit genommen dann wechseln wir die pokémon aus wir mussten gelabelt werden obwohl kann man müssen rein muss ein bisschen kämpfen hier ein bisschen adrenalin spüren das sollte sich wegen pokémon die ihr leben nicht unterschätzen das stimmt aber ich habe diesen ort wo wir gerade sind die gab es intern als gar nicht das ist neu das wissen ja dass ich ein 1 pokémon gespielt habe aber eigentlich spielte die fast jährlich so oft wie die rauskommt die spiele ja gut das ist jetzt ein gegner verabend viel das ist nichts für mich so bestanden muss man aufpassen das ding ist ein gutes pokémon muss man recht verwenden können niederkriegen boden käfer ja kompakt war ein luger rein schon spaßig mit luke ja das breit macht es gerade wink und dann irgendwie so eine handposition was was wir das werden das führt schon fast zu einem dab zu ich muss es ganz schön umbringen bevor es doch irgendwas macht was es bereut wird und ich weiß es wird oder nein 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 wir haben jetzt 22 22 flug pokémon aber haben nicht drei flug und sogar sagen und ich habe mich geguckt welches pokémon jetzt kommt deshalb okay hätte ich das gewusst welcher kann es ein bisschen nicht aufgepasst aber was ihr soll da und schon die erfahrungspunkte das war es du bist viel zu stark da bist du nur ein kind aber man darf dich auch nicht unterschätzen wow bist du heftig oh mein gott mit seine telefonie begeben teilen platz kann ich freien speicherplatz wäre ich habe eine simkarte schon voll tue leid es geht nicht tut mir leid dann brauchst du wohl einen anderen husband du ich kann der nicht sein oh nein außer du gibst mir eine sd karte dann schon heute fühle ich mich großartig ich fühle mich so stark dass ich den liga champ besiegen könnte ja komme ich habe das gleiche gefühl und du hast bestimmt nur 2.3 pokémon ok weil du auch so ein bisschen verschwendet potenzial ich meine wann seht ihr mal einen trainer der baller für einen menschlichen spieler der baller fisch in seinem team hat ich habe es bisher noch nie gesehen ich würde gerne sehen weil es ist ein puffer fisch und ich mag puffer fische aber es hat ein bisschen enttäuschend und ein herz da wobei ich glaube dieser attacke wirst du alles gewinnen oh mein gott aqua knarre hey das haut richtig halt rein donner schlag es ist nie eine gute idee zweimal das gleiche pokémon im team zu haben ich wollte gerade sagen drei ich war auch nicht aber okay bye bye 38 nein nicht in diesem kampf das andere pokémon zu sehr ähnlich wo sind wir hier ich bin beeindruckt aber es reichte nicht sie nur zu sammeln oder deshalb gehe ich zur liga ich habe mir diese acht ordnung dadurch verdient und in die liga zu gehen und das spiel zu beenden und das ist meine mission was ist deine mission psiana mhm 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 Züstrahl aua 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 okay bringt nichts ich mach zu wenig damage ja okay Bisschen hatte ich noch gehofft, dass er das genug Damage macht, aber leider tut es das nicht. So, da kann... Melly das machen? Warum hast du mein Melly? Damage, holy! Uff! Dann, äh, Red. Da muss ich jetzt Red regeln. Zack, okay. Uff! Da war gar ein Kacke. Mensch, Zertrick! Rausch! Guter Kampf! Danke! Ich sage, Menschen und Pokémon wachsen mit ihren Erfahrungen, sodass nicht fahle und selbstgefällig werden. Selbstgefällig. Sei gefällig, nicht so selbstgefällig. Wo bin ich jetzt hier eigentlich lang gegangen? Ach, irgendwo wo ich nicht hin sollte. Ah, cool. Jetzt kommt wildes Pokémon. Nur mal eine Strafe? Nein? Okay. Und, wir sind nun in... So, ich glaube, wir sind jetzt die Hälfte durch, weil jetzt ist hier ein Safe-Wort. Denn die Pokémon sehen müde aus. Gönnen Ihnen eine kleine Pause. Oh, danke. Hier. Die Pokémon sehen gut aus. Mach weiter so. So, und in der nächsten Folge machen wir dann die Route weiter. Wir sind hier, für die es nicht wissen, auf Route 26. Kommt dann hoch auf Route Siegestraße. Ja, das ist die ganze Route. Wir sind jetzt ungefähr hier in der Mitte. Na, wohl. Wir sind, glaube ich, ein bisschen weiter unten. Aber ungefähr sind wir jetzt hier so. Und, ähm... Ja. Nächste Folge geht dann weiter mit Kanto. Vielleicht sogar die Siegestraße. Wer weiß. Bis dann und ciao. Ciao.